Ich mach jetzt wieder, ich nehm jetzt wieder auf, ne? So, das tolle Spacey Ding erstmal rausholen, womit ich eh kein Treffer, aber ist trotzdem cool. Oh, du hässlicher! Ich war voll irritiert, dass ich ja nicht mehr in seinem Team bin. Ha! Da ist er tot. Es war beide gekühlt. Ja, ich war voll irritiert, ich hab ihn die ganze Zeit angeschossen, nicht dich. Richtig, witzig. Wo ist der? Brot. Ach, der schmeißen wieder seine Granaten. Ich seh's. Wo bist du? Bei eurer Base. Da ist aber keiner. Doch, na klar. Er. Ja? Ja, er ist ja. Mit eurer Base, meinst du den letzten Punkt, ne? Bei der... Da schießt der Pen einfach auf mich. Ich kann mich auch selber töten. Dafür brauch ich nicht dich. Ich kann mich auch selber töten. Ich nehm halt wieder ein bisschen engineer. Ich will auch sowas wie du freischalten, nur halt diese Pumps oder wie die heißt. halt die etwas größere, die nur für den Endger ist. Der Bote sagt mir Sandy. Muss ich doch als... Oh, was ist das für ein Arschloch? Der Camp die ganze Zeit. Ja, warte, ich sch... Nein, ich sch... Beleidige den nicht. Ich schreib... Ich schreib den. Don't. Camp. Please. Fair. Play. Bruder, das heißt auch im Englischen auch campen oder so, ne? Ja. Glaub ich. Hoff ich. Bitte nicht irgendwo Urlaub machen. Dispensate in den Ohren. Du, 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 du. Na, wo ist denn der Nigga? Scheiße, okay. Da steht er hier in der Ecke, der Penner. Erwischt. Wie schlecht. Er hat mich mit seinen Bomben nicht erwischt. Also er hat mich erwischt, aber nicht getötet. Was hast du bekommen? Produktionsmonopole. Cool. Man bin nicht gut. Du, Homo. Und sie töten mich nicht. Hab ich dein Ding erwischt? Nee, nicht wirklich. Warum hat denn das nicht weiter geschossen? Hä? War kurzer Kurzschluss, weil du angeschossen hast. Achso. Kommt der Typ wieder zu mir? Nee. Wo ist denn der? Ich weiß nicht. Ich guck. Bin grad nicht da so. Ein Black Jingle der Master of Engine. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.